Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich ein wenig etwas zu einem neuen Update auf meinem Discord-Server erzählen und noch ein paar andere Sachen zum Thema Server im Allgemeinen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr, sehr spannend bleiben und teilt das Video, lasst ein Like da und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro wieder. So Leute, wir sind jetzt hier in der Runde-Ender-Mode. Und das Problem ist bei mir so, dass der Hotkey von OBS momentan einfach nicht geht. Ich check nicht, warum der Hotkey von OBS einfach nicht geht. Also ich habe da nichts dran verändert so und deswegen starte ich gerade ein bisschen zu spät in die Aufnahme rein. Da auf jeden Fall sorry. Dann frage ich mich, warum Leute unbedingt in den Chat schreiben müssen, dass ich hier genickt bin. Ich meine, es ist nicht schlimm so. Ich werde jetzt zwar nicht so krass getargetet, aber ab und zu ist schon der Tag ein bisschen hoch und ihr seht, da hat gerade einer das halt reingeschrieben da oben. Und ich check nicht, warum so. Warum macht man sowas? Ich meine, der Nickname dient ja dazu, dass andere Spieler einen nicht erkennen, damit sie einen nicht so sehr fokussen. Und warum muss man das dann sagen? Das ist... warum? Ich meine, das erstellt komplett den Sinn der Nick-Funktion. Ich werde jetzt erstmal was zu meinem Discord-Server ansprechen. Und zwar wissen manche Leute vielleicht noch gar nicht, was Discord ist. Discord ist eine Mischung aus Skype und TS. Da kann man halt auch dann sehr, sehr gut drauf reden und so. Die Server, die man erstellen kann, sind halt eben kostenlos. Und ich habe dort jetzt ein kleines Update auf meinem Discord-Server. Das heißt, wenn ihr auch mal mit mir reden wollt und so weiter, dann joint einfach mal auf diesen Discord-Server. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Weiter unten ist da so ein kleiner Link, wo ihr draufklicken müsst. Dann werdet ihr zu meinem Discord-Server geleitet. Ihr müsst euch natürlich auch vorher anmelden und Discord runterladen und alles. Und da passt das. Und ich habe jetzt ein kleines Update. Es gibt dort jetzt den Moderator-Rang. Wenn ihr euch jetzt einen Moderator auf diesem Discord-Server bewerben wollt, dann einfach eine PN, also eine private Nachricht bei mir auf Discord schreiben mit einer kleinen Bewerbung. Am besten schön strukturiert und so. Und dann wird das vielleicht auch was mit euch. Also da bin ich dann mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und bin gespannt, ob ihr euch dann gut als Moderator aneignet. Natürlich keine Rechte abusen oder so. Müsste klar sein, sonst führt es halt zu einem Rangentzug und zu einem Bann. Ja, ich werde aber auch wirklich dann nur gute Leute nehmen. Also ihr müsst schon was ordentliches dann liefern. Dann Rechtschreibung und so muss natürlich auch mega gut sein. Und dann könnt ihr euch als Moderator bewerben. Ich habe dort auch den Nightbot. Das heißt, ihr könnt alle möglichen Informationen, die ihr auch sonst im Stream durch den Nightbot erhaltet, könnt ihr auch eben auf den Discord-Server dann halt reinschreiben mit Commands. Alle Commands, die im Stream funktionieren, funktionieren auch eben auf Discord. Also ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe dort auch noch so einen anderen Bot. Der kann ziemlich, ziemlich coole Sachen. Die coolste Funktion ist aber, dass ihr dort eure YouTube-Links, also YouTube-Links reinschreiben könnt von Liedern. Und dann wird das so wie in einer Warteschlange eingereiht. Das heißt, das ist dann sozusagen so eine Warteschlange. Und dann werden die Lieder nacheinander abgespielt. Und deswegen könnt ihr da auf jeden Fall dann auch eure Liedwünsche einreichen. Und die werden dann auch gespielt von diesem Musik-Bot. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und das bockt auf jeden Fall auch. Also könnt ihr sozusagen selber mit interagieren mit diesem Musik-Bot und so. Und der kann auch noch ein paar andere Sachen. Aber die Hauptfunktion dient halt zum Musikhören und so. Und das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Momentan, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist der noch nicht vollständig eingestellt. Das heißt, es kann auch zu Fehlern kommen oder so. Es kann auch mal ab und zu sein, dass der Bot noch gar nicht im Channel ist. Aber das wird sich dann auch ändern und so. Natürlich, ab und zu ist der vielleicht nicht im Musik-Channel, weil wir den dann oben eben haben, um oben Musik zu hören und so. Aber wir werden den auf jeden Fall öfters auch mal in diesem Channel lassen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall dort auch chillig Musik hören. Und das freut mich auf jeden Fall auch extrem. Also es gibt jetzt hier sehr, sehr coole Sachen. Ich finde, der Discord-Server ist jetzt perfekt eingestellt. Ich bin damit voll und ganz zufrieden. Hab da wirklich anderthalb Stunden oder so, habe ich den wirklich eingestellt noch. Und ich bin damit jetzt voll und ganz zufrieden. Es gibt jetzt auch den Zuschauerrang. Das heißt, ihr könnt euch bei mir verifizieren im Prinzip. Und dann werde ich euch den Zuschauerrang geben. Dann habt ihr einen coolen grünen Namen. Und ihr könnt eben im Zuschauer-Chat schreiben. Ja, deswegen einfach bei mir verifizieren bei Discord per privater Nachricht. Einfach schreiben, ja, ich bin Zuschauer und so weiter. Und dann werde ich euch den Rang geben. Und soviel zu diesem Thema. Ja, den Freundenrang gibt es auch. Ja, den bekommen natürlich Leute, mit denen ich privat schon sehr, sehr oft geredet habe oder so. Und so, die ich auch wirklich schon gut kenne. Der hat noch eine andere coole Funktion. Der kann nämlich die Nick-Funktion nutzen. Das heißt, er kann seinen Nick-Name die ganze Zeit ändern. Ja, genauso wie der YouTuber-Rang. Der YouTuber-Rang, der steht noch nicht fest. Also, ja, die werde ich wahrscheinlich irgendwie erst so ab 300, 400 Abonnenten geben oder so. Und wenn ich Dreh, ja, schreibe ich da einfach mal an, wenn ihr ein kleinerer, also so ein YouTuber in diesem Bereich seid. Und soviel zu diesem Thema. Gut, dann hätten wir das schon mal abgejagt. Joined einfach mal alle unbedingt drauf. Würde mich riesig freuen, wenn ihr hier auf meinem Discord-Server draufjoinen könntet. Ja, dann kommen wir zum anderen Thema. Und zwar, da werde ich vielleicht auch noch mal später ein extra Video zu machen. Ich werde es nur schon mal in diesem Video ansprechen. Und vielleicht kommt dazu noch mal ein extra Video, wo dann der Betroffene auch bei ist. Aber der Bad Cheater ist ein Real-Life-Kollege von mir. Das ist nicht der, der im letzten Video dabei war. Das war ein anderer Real-Life-Kollege, mit dem ich auch in eine Klasse gehe. Aber der Bad Cheater, mit dem ging ich früher in die Grundschulklasse. Und den kenne ich wirklich jetzt schon seit 10 Jahren oder so locker. Und mit dem habe ich auch schon öfters mal aufgenommen und gestreamt. Und er hat vor, bald einen ARC-Server zu machen. Wer ARC nicht kennt, das ist so ein richtig cooles Survival-Spiel mit Dinosauriern und so. Also das müsst ihr eigentlich die meisten von euch kennen. 20 Euro oder so auf Steam, also kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ich persönlich spiele das auch mal ab und zu. Nicht so oft, aber ab und zu mal. Also so zwischendurch spiele ich das mal. Und er will halt einen Server machen mit sehr, sehr vielen Mods und wirklich allen möglichen Sachen. Wirklich einen riesigen Public-Server, wo man dann auch nicht griefen kann und so selbstverständlich. Also das wird dann alles protected und alles sehr, sehr gut geschützt. Mit, kann man, Plugins oder was es da gibt, mit Mods und allem möglichen. Und er wird sich dann freuen, wenn ihr da vielleicht auch mal drauf vorbeischauen könntet. Ich werde dann auch noch drauf spielen, dann können wir zusammen ein bisschen ARC spielen. Ich werde das Ganze aber nicht aufnehmen, weil das einfach bei mir nicht geguckt wird. Vielleicht werde ich das, ja, auf meinem Display-Channel mal hochladen. Also ich habe ja einen Zweitkanal, der immer verlinkt ist. Vielleicht werde ich das da mal hochladen, aber ansonsten eher ist es für den privaten Raum sozusagen gedacht. Also joint mal drauf, wenn ihr ARC habt oder euch kaufen wollt. Und dann, ja, könnt ihr da mit mir und dem Bad Cheater zusammen spielen. Da wird aber vielleicht nochmal ein extra Video zu kommen und so, wenn er dann vielleicht dabei ist, damit er noch ein bisschen mehr zu diesem Thema sagen kann. Das wollte ich euch nur nochmal schon mal in diesem Video ansprechen. Und soviel zu diesem Thema. Naja, dann versuchen wir jetzt hier erstmal den einen, den anderen hier zu finden. Den einen, den anderen auf jeden Fall. Ja, und ich finde es immer noch mega geil, dass ich hier meine Levy-Mod-Flügel habe. Natürlich, ich habe hier gerade einen Steve-Skin wegen genickt und so. Aber ich finde meine Levy-Mod-Flügel hier auch mega, mega geil irgendwie. Also, ja, feiere ich auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich würde mit dem getauschen. Ich habe mich schon erschrocken. Und da nochmal vielen, vielen Dank an Ogi. Die hat mir die ja gekauft im Stream. Die Flügel hat mich extrem gefreut. Die hat, glaube ich, noch einen 50% Rabatt-Gutschein. Da hat die mir einfach mal einen Flügel gekauft. Mega, mega geil. Ich fand die ja sonst immer ein bisschen teuer. Aber mit 50% Rabatt geht es auch noch. Und vor allem, wenn man die dann auch geschenkt kriegt, ist es halt noch geiler so. Aber wenn ich auch 50% Rabatt hätte, hätte ich mir die vielleicht auch gekauft. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an Ogi da an dieser Stelle. Also, ja, nicht selbstverständlich, dass du mir da einfach mal 7,50 Euro sozusagen spendierst. Also, vielen, vielen Dank da auf jeden Fall an dich. Ich finde, die sehen einfach mega, mega geil aus. So, also, feiere ich auf jeden Fall. Und dann versuchen wir jetzt hier auch mal diesen Gegner zu killen. Und ich habe nämlich keinen Bock, jetzt noch 20 Jahre hier zu warten. So, ich würde sagen, ich werfe hier einfach mal. Oh, scheiße, ich habe erst mal 2 geworfen, weil ich gedrückt gehalten habe. Versuchen wir jetzt hier mal den Dude zu bekommen. Er hat, glaube ich, ein bisschen besseres Equip, aber nicht viel, viel besser. Da versuchen wir ihn jetzt mal hier zu kriegen. So, aber soviel zu diesem Thema. Also, ich hoffe, ihr habt so das Thema verstanden und so. Sorry, wenn das Gameplay ab und zu mal nicht so krass war. Aber ich denke, ich habe ein paar nice Kills gemacht. Und das hat eigentlich auch so gepasst. Also, normalerweise bin ich nicht so gut, wenn ich dabei rede und spreche. Vor allem ist es auch meine erste Runde Minecraft heute. Aber eigentlich läuft es. Also, ja, feiere ich auf jeden Fall, finde ich irgendwie. Ich habe heute ein bisschen mehr die Themen angesprochen. Und, hä? Ah, ich habe mich schon gewundert. Ich wurde ernsthaft raus-TP'd. Ja, da haben wir auf jeden Fall die Runde gewonnen, Leute. Ziemlich, ziemlich nice. Ja, schreibt in den Kontar, wie ihr die Flügel findet. Ich finde, das passt so eigentlich ganz nice. Manche Leute meinten, ich soll die heller machen. Aber ich finde so, damit das auch mehr zum Schwarz passt, ist es eigentlich geiler. Ich weiß, in anderen Texture-Packs sehen die Flügel anders aus. Aber ich habe das hier hauptsächlich auf meinen Texture-Pack ausgelegt. Und schreibt mal in die Kontar, wie es euch so gefällt. Das ist von diesem Video, Leute. Lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, schreibt in die Kontar, was ich sonst noch für Content machen kann. Und was ihr noch so sehen wollt. Und joint alle auf meinen Discord-Server. Und schaut mal vielleicht bei dem ARC-Server vorbei. Vielleicht ist die IP jetzt schon verlinkt. Vielleicht kommt sie auch erst im nächsten oder übernächsten Video, wo ich das Ganze ansprechen werde. Verlinkt. Ciao, Leute. Lasst ein Like da. Haut rein. Und tschau. Schnell Verunt Lake. Ja. Schnell, Schnell, Schnell. Das war mal. Ich bin als Sie. Vielen Dank.